Schlechter Specht. Seid ihr Sänger? Sängerinnen? Ich war im März einen ganz Monat lang auf Tour durch Deutschland und das war eine ganz großartige Zeit für mich. Und ich habe das Live-Spielen schon unfassbar doll vermisst jetzt im April, wo dann dementsprechend keine Tour war. Und deswegen bin ich auf die Straße gegangen und habe viel gespielt. Und da habe ich unter anderem auch einen Song immer sehr, sehr gerne gespielt, einen etwas älteren Song schon und den möchte ich jetzt auch für euch spielen.